Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute die Box for Fun vorstellen. Die ist gedacht für Kinder, um die auf einer großen Feierlichkeit so ein bisschen zu beschäftigen, um ihnen erstmal natürlich was zu schenken, mit dem sie sich dann auf der Feier beschäftigen können. Ich lege jetzt mal Hauptaugenmerk und um das immer wieder als Beispiel nutzen zu können, eine Hochzeit als Beispiel dafür, Box for Fun zu nutzen für Kinder. Es ist immer schön, wenn der Gastgeber, in diesem Fall das Brautpaar, sich auch Gedanken darüber macht, was mit den Kindern auf einer Hochzeit wird. Ich weiß, es kommt vor, dass viele sagen, Kinder sind nicht mit eingeladen. Ich finde es aber umso schöner, wenn bei gerade einer großen Feier auch die Kinder mitgebracht werden dürfen. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn man sich als Gastgeber darum kümmert, dass die Kinder auch beschäftigt sind, dass die Eltern auch feiern können. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, sich professionelle Kinderbetreuer zu bestellen, was natürlich nicht ganz günstig ist. Und deswegen möchte ich euch heute als günstigere Alternative und auch sehr, sehr wirkungsvolle Alternative die Box for Fun vorstellen. Das hier ist jetzt zum Beispiel die große Box. Das hier ist die kleine Box. Die unterscheiden sich natürlich preislich und auch von der Menge des Inhaltes. Ich zeige euch gleich mal, was so eine Box enthalten kann. Den Link zu Box for Fun findet ihr unten in der Infobox. Und da könnt ihr dann individuell anpassen, je nachdem, wie viele Gäste ihr natürlich, oder wie viele kleine Gäste ihr natürlich auch habt, was ihr ausgeben möchtet. Ob ihr die große Box nehmt. Da sind die Kinder natürlich für mehrere Stunden dann beschäftigt. Oder ob ihr so eine kleinere Box nehmt, die ich auch für völlig ausreichend erachte. Und wir starten mal mit der großen Box. Und ich zeige euch mal, was die alles enthalten kann. Da habt ihr relativ viele Gestaltungsmöglichkeiten auf der Seite. Auf jeden Fall enthält sie so ein Namensschildchen, ne. Dass ihr das dann wirklich individuell für jeden machen könnt. Dann kann da drin sein, so ein Faltbogen nochmal für ein Kartönchen. Wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel nochmal Süßigkeiten oder sowas reinfüllen will, dann kann da enthalten sein zum Beispiel Playmice. Den kennt man ja eigentlich so. Und das ist jetzt so ein kleines Beutelchen mit verschiedenen Farben von Playmice. Habe ich mit Vince persönlich noch nie ausprobiert, Playmice. Steht aber auf meiner Liste. Da kann man jetzt zum Beispiel wie diesen kleinen Elefanten dann da mitgestalten. Da ist es natürlich immer schön, wenn man so eine gemischte Gruppe hat, dass jetzt die Größeren den Kleineren zeigen können. Oder man stellt halt eine Person ab, die dann vielleicht auch mal mit hinschaut und mal den Kindern ein bisschen erklärt. Dann kann zum Beispiel drin sein, so ein Puzzle aus Schaumstoff, sage ich mal. Das kann man hier so ausdrücken und dann zusammen puzzeln. Auch noch eine Art Puzzle, könnte man sagen, aus Holz. Aber damit kann man so verschiedene Formen und Tiere legen. Also quasi man hat diese Vorlagen und mit diesen Teilen legt man das danach. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dann zum Beispiel ein Kreisel. Ich weiß, Vince kann sich mit so einem Kreisel mehrere, nein, eine halbe Stunde, gute halbe Stunde beschäftigen. Ein Jojo. Ich weiß gar nicht, ob Kinder der heutigen Generation Jojos noch kennen. Schön aus Holz. Das finde ich halt auch schön, dass nicht alles aus Plastik ist. Also ein schönes Holzjojo. Dann kann da enthalten sein, das hier. Das werdet ihr jetzt nicht viel erkennen. Auf jeden Fall ist das auch so ein Schaumstoffmaterial. Da kann man die Teile auch hier so ausdrücken und dann zusammensetzen. Hier seht ihr noch so Verbindungsstücke. Und das ist wie so eine Art Flieger, Gleitflieger, irgendwie sowas. Dann können die Kinder halt auch so rumfliegen. Das weiß ich auch, würde mein Kind zum Beispiel lieben. Dann könnte drin sein, so ein kleines Domino, auch aus Holz. Zieht man hier dann so auf und dann hat man die Dominosteine drin. Finde ich auch richtig, richtig gut. Da können die Kinder dann auch zusammen miteinander Dominos spielen. Es ist auch so eine Mischung aus alten Spielen, wie jetzt das Jojo oder das Domino. Und dann so neueren Sachen, wie zum Beispiel Playmice, was die Kinder dann vielleicht auch schon kennen. Dann kann enthalten sein, das finde ich auch mega süß. Das sind Seifenblasen, das dreht man dann halt hier oben auf. Und das sind so Seifenblasen. Das ist halt dann thematisch für eine Hochzeit sehr, sehr super. Und dann können natürlich diverse Malutensilien drin sein. Man hat jetzt hier zum Beispiel mal, das sind zum Beispiel Wachsmalstifte und Holzbundstifte. Und hier, da hat man halt auch noch Holzbundstifte und gleich so ein paar Vorlagen zum Ausmalen. Aber da kann man ja noch selbst Vorlagen ausdrucken. Aber hier sind, warte, ich zeige euch das mal. Auch relativ viele Malvorlagen drin. Aber da kann man ja auch selber Malvorlagen im Internet ausdrucken. Gibt es ja kostenlos zum Unterladen. Also was zum Malen würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Und auch sonst, wie gesagt, ihr seht, das ist bunt, gemischt, das ist richtig klasse. Und dann habt ihr halt so eine große Box, wo das halt für jedes Kind auch drin ist. Ich finde die optisch sehr, sehr schön für jedes Alter. Nicht irgendwie zu kindlich oder so. Und dann können die Kinder das dann auch wieder darin verstauen. Dann ist das auch aufgeräumt und können das mit nach Hause nehmen. Das ist halt auch ein Geschenk für die Kinder. Die können ja meistens mit den Gastgeschenken, die man jetzt zum Beispiel auf einer Hochzeit den anderen erwachsenen Gästen übergibt, nichts anfangen. Und dann ist es doch viel schöner, wenn die so ein Gastgeschenk bekommen, mit dem sie dann auf der Feier auch wirklich gleich spielen können, was sie mit nach Hause nehmen können, wo sie zu Hause weiterspielen können. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist jetzt mal die große Box. Dann gibt es halt ja noch diese kleine Box. Da schreibt man hier dann den Namen des Kindes drauf. Und die ist dann auch wieder natürlich gefüllt. Und da hat man dann jetzt hier zum Beispiel wieder diese Stifte mit den Malvorlagen. Dann passt das hier wunderbar auch in diese kleine Schachtel. Und auch hier passt der Kreisel zum Beispiel rein. Und auch die Seifenblasen. Genau, das ist die kleinere Version. Finde ich aber auch völlig ausreichend. Vielleicht hat man dann noch was, wo man sagt, am späten Nachmittag kommt dann nochmal ein Clown, meinetwegen. Oder man hat einen Programmpunkt, wo auch die Kinder mitmachen können. Dann reicht auch diese kleinere Sache. Ansonsten würde ich eher zur Großen raten, weil man da jeden Geschmack trifft. Nicht immer hat jedes Kind jetzt Lust zu malen beispielsweise, sondern will lieber was anderes machen. Mit einem Flieger zum Beispiel ein bisschen rumbauen oder mit jemand anderem Domino spielen oder so. Deswegen würde ich euch prinzipiell zu den Großen raten. Gerade auf einer Hochzeit, wo es halt auch um mehrere Stunden geht. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel nur eine kleinere Feier macht, wo die Gäste sowieso erst ab 16 Uhr meinetwegen eingeladen sind, würde auch die kleinere Version reichen. Das war jetzt mal ein Beispiel, was so bei Box for Fun enthalten sein kann. Wie gesagt, ich finde es eine schöne Idee. Ich finde es eine tolle Alternative zu einer wirklich professionellen und teuren Kinderbetreuung auf einer Hochzeit. Ihr findet alle Links unten in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war ein guter Tipp. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.